In der Fotografie interessiert mich nur die inszenierte Fotografie. Eine meiner Hauptinspirationen ist die Malerei und die Musik. In der Fotografie finde ich das Interessante, dass man in einem Raum oder in einer räumlichen Situation mit Licht eine Komposition gestaltet und das Ganze dann in einem Bruchteil einer Sekunde aufnimmt und festhält. Ich fotografiere im Rahmen meiner freien künstlerischen Arbeit Triptichen zu verschiedenen Themen. Und das Triptiche und Justice, was ich mit den 15 dunkelhäutigen Frauen fotografiert habe, ist ein Teil dieser gesamten Werkreihe. Ich habe viele Freunde und Freundinnen, die dunkelhäutig sind und war total erschrocken, wie ich in Gesprächen festgestellt habe und wohlgemerkt, die leben in Deutschland, wie viele Probleme die haben aufgrund ihrer Hautfarbe. Durch diese Gespräche hatte ich die Idee, auch einen Triptiche und diesem Thema zu widmen und mal eine ganz andere Herangehensweise zu haben. Wir nehmen die Bank und die Cubes aus dem Bild, lassen das Trass aber hängen. Also meine Idee war, gerade so ein Statement gegen Rassismus zu setzen, indem ich Ikonen aus ihnen gemacht habe. Klar machen wir uns nicht vor, so eine Elfe oder so eine Fee, die ist halt irgendwo stilisiert und ist hellhäutig in der Regel. Und da sind ganz viele Stilisierungen, die natürlich auch einen Ursprung haben in der Kunstgeschichte. Und es geht einfach darum, jetzt mal Brüche zu haben, einfach mal mit diesen Bildern anders zu arbeiten und über diese Bilder auch ein anderes Denken zu erzeugen. Weil ich glaube durchaus, wenn man das alles auf eine Ebene stellt, dann entsteht über eine langere Zeit eine andere Wahrnehmung. Es gibt eine fantastische Seele, die dahinter steckt, einen fantastischen Menschen. Und das kann ich machen mit einem Deutschen, mit einem Hellhäutigen, das kann ich machen mit einem Deutschen, der dunkelhäutig ist. Das kann ich machen mit einem Afrikaner, der dunkelhäutig ist, mit einem Amerikaner, mit einem Australier, mit einem Chinesen, mit einem Japaner. Aber es ist vollkommen egal. Es geht nur darum, darüber einen Bruch zu haben, dass diese heiligen Darstellung nicht geknüpft ist an eine Äußerlichkeit, die vielleicht heißt hellhäutig. Das kann ich machen. Das kann ich machen. Musik Musik